Hallo Leute, herzlich willkommen auf den HS-Standard Gaming und heute spielen wir mal wieder eine Runde Eubotraxen Motor 2. Und ich würde sagen, wir legen hier auch direkt mal los. Wir starten hier den Motor, tun die Handbremse lösen. Wir gucken hier mal kurz, wenn wir die Rum-Um-Leuchten anhaben und fahren auch schon los. So, ihr wisst ja vielleicht, dass ich bald ein neues Lenkrad habe. Und ja, also es fehlt nicht mehr lange. Es fehlt nicht mehr lange, ich meine, es dauert nicht mehr lange. Dann habe ich das. So, was wir jetzt erstmal machen wollen, ist glaube ich unser Anhänger wechseln. Denn so wie der da, wir wollen jetzt diesen Anhänger haben. Jetzt muss ich aber erstmal zur Halle fahren. Na, schön, dass ich jetzt einen Aufwiederschaden habe. So. Zack. Okay, auf, auf zur Halle. Da, wo meine Halle ist. So. Wir fahren natürlich gerne über Rot, wir dürfen das. Wir haben eine Sonnergenäumigung. Weil heute ist ja auch Sonntag, also für euch ist heute wieder Montag. Aber wo ich das Video drehe, ist Sonntag. Also ich habe eine Sonnergenäumigung, hier LVW zu fahren, ja. Ich darf das. Ja, es ist eigentlich wirklich Sonntag, ne. Eigentlich darf man praktisch gar keinen Dicke fahren Sonntags. Aber egal. So. Irgendeiner wurde gerade gekippt. Nice. Muss ich mal kurz gucken. Ich glaube, hier links möchte ich jetzt rein, ne. Um zur Halle zu kommen. Ich weiß es gar nicht. Ich kenne mich hier in Kiel tatsächlich nicht so aus. Ah doch, hier ist die Halle. Ich habe sie gefunden. Hier ist auch einfach niemand, ne. Hat doch zwei Stück. Wo sind denn die? Bei mir sind sie nicht. So. Bitte aufzuhängen, du blödespiel. So. Zack. Wir wollen in die Garage. So. Und wollen einmal Aufliegermanager. So, Aufliegermanager. Und wollen einmal den Tieflader. So. Äh. Den will ich tauschen. Ja. Genau. Den Tieflader möchte ich. So. Jetzt habe ich den Tieflader. Und jetzt können wir schön einen Job anfangen. Ne. Das wollte ich jetzt nicht. So. Mal kurz gucken, ob die hier auch hier funktioniert. Joa. Aber na klaro. Gut. Gut. Dann fahren wir jetzt einmal wieder dahin. Zum anderen links hin. So. Ich habe schon richtig Bock auf das Lenker. Weil das ist dann auch noch geiler. Das macht hier ein Auto, Alter. Ja. So. Jetzt fahren wir hier einfach nur geradeaus. Was wir nicht können. Ach doch. Wir können geradeaus fahren. So. Und biegen jetzt hier gleich mal links rein. Und dann holen wir uns hier mal einen Auftrag. So. Der Frachtmarkt. So. Wollen wir nach Trafenmünde oder was? Ich würde sagen nach Hamburg. Na komm, wir fahren nach Trafenmünde. Let's go, Digi. Digi, let's go. So. Und sich hier erstmal Warnblinker anmachen. So. Weil ich muss ja da rein. Und der muss jetzt erstmal durch. So. Oder was machst du? Fahr wieder weiter. Danke. In die andere Richtung bitte. Danke. So. Oh. Mist. Was berührt. Aber egal. So. Jetzt fahren wir hier einfach mal kurz geradeaus. So. Zack. Jetzt müssen wir einfach nur noch da hinten reinfahren. So. So. Müsst du doch so jetzt gehen eigentlich. Zack. Zack. Nein. Nein. Bitte nicht. So. Jetzt müsste ich gleich drin sein. So. Nein. Nein. Das war zu weit. So. Jetzt aber eindenken. So. Oh. Dass diese Bremsen im Kappel räuch machen. Das finde ich gar nicht geil. Oh. Jetzt kann ich wieder vorfahren. So. Jetzt aber. Jetzt aber rein. So. So. Zack. Zack. Warum habe ich denn jetzt einen Aufliegerschaden? Ich bin doch hier ganz normal reingefahren. So. Einmal alles einsammeln wir hier. Zack. Zack. Danke sehr. Fahrt vorsichtig. Das mache ich. So. Let's go. Okay. Perfekt. Biege nach rechts ab. So. Dann fahren wir hier mal mit dem Radlader. Oh. Ich wusste es. Jetzt einlenken. Jetzt kommen wir hier auch raus. Zack. Das wäre mir mit dem neuen Lenkrad nicht passiert, Alter. So. Dann einmal nach links. So. Müssen wir auch noch links halten, Alter. Hallo, Menken. Das ist einfach nur so ein einziger Typ, der da steht. Wie geht's euch eigentlich so? Also Wochenende ist ja schon wieder rum. Also das Wochenende ging diesmal so schnell rum. Aber wir haben auch heute, also am Wochenende nur Geburtstag gefeiert und was weiß ich alles. Also. Ja. Einiges haben wir da gemacht. Aber ja. Sonst war eigentlich auch nichts Besonderes eigentlich. Also Geburtstag gefeiert. Heute feiern wir wieder Geburtstag. Also am Sonntag. Für euch ist es Montag. Ähm. Ja. Ein YouTube-Short auf meinem zweiten Kanal ging. Wurde nicht hochgeladen. Habe ich aber jetzt noch gemacht. Ja. Also eigentlich. Sonst so nichts passiert, ne. Natürlich Samstag bin ich arbeiten gewesen. Ähm. Sogar länger arbeiten gewesen. Das heißt, ich krieg sogar noch mehr Geld. Das ist auch wieder mal. Nice. Ähm. Ja. Und sonst? Keine Ahnung. Ich würde gerne mal in den Kommentaren schreiben, wie es euch so geht, was ihr so am Wochenende gemacht habt. Habt ihr gefeiert. Wir haben natürlich auch gefeiert. Und so weiter und so fort. Freitag schon angefangen zu trinken. Ja. Ah. Ich krieg hier gleich ein LKW-Gegenverkehr. Oh. So. Zack. Ja, ja. Ja. Zack, 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 zack. Okay. So. Wie schnell darf ich hier fahren? 80. Ja, ich fahre. Ich fahre halt 90, ne. Ich darf sogar nur 60 fahren. Noch mal zugelegen hier. So. Zack. Das Ding ist, umso schneller wir fahren, umso schneller kommen wir an, Alter. Ich hab mir auch mal gedacht, vielleicht Flixbus Simulator zu kaufen. Aber ich weiß nicht, ob ich das mir jetzt schon holen soll, wenn ich noch das Lenkrad nicht habe. Geht ihr, was ich meine? Ich will auch Forza Horizon 5 mit dem Lenkrad spielen. Aber das geht ja erst, wenn ich praktisch das Lenkrad habe. Und dann, glaube ich, eventuell die Spiele erst danach. Ähm, ja. Wenn überhaupt der Speicherplatz reicht, ich weiß ja nicht. Ich hab, glaube ich, nur einen Terabyte, ne. Und ein Terabyte ist tatsächlich zu wenig. Auch für Videos zu drehen eigentlich. Weil ich muss die ganze Zeit Videos wieder löschen und sowas alles. Ach. Um die zu speichern, müsste ich den auf einen Stick packen. Der Stick hat aber auch nicht. Ach. So viel Speicherplatz, ne. Keine Ahnung. Ich glaube nur 12 Gigabyte oder so. Also ist schon viel günstig, aber... Wie ist, was ich meine? Ich glaube, der Stick sogar da drin. Ich weiß es aber gar nicht. Ja, ja. Meine Fischelte geht es eigentlich ganz gut, muss ich wissen. Die Rechtswirte. Auswertrechtsnummer. So. Ach. Wir sind ja auch schon wieder fast da, ey. Russjahr. Nee, ich bin kein Russjahr. Aber ich kann was auf Russjahr. Das ist nett. Das heißt nein. Und da heißt ja. Das kann ich. Und priviert. Aber ich weiß nicht, was das heißt. Also... Keine Ahnung, was das heißen soll. Aber ich kenne das auch. So. Also net und da. Und da weiß ich, was das heißt. So. Das sind schon wieder Millionen von Menschen, Alter. StGM Logistik. Aber das ist übrigens mit einem C am Ende geschrieben. Ich weiß gar nicht, warum. Weil ich lasse es einfach so. Immer geradeaus. So. Immer geradeaus. Kein Problem. Route neu berechnen. Neue Route finden. Okay. Lass uns eine neue Route finden. Aber was ist mit dem falsch, Alter? Neue berechnen. Ups. Nichts passiert. So. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Neue Route finden. Boah, fast gegen den gefahren. So. Da kann wohl einer nicht LKW fahren, Alter. Egal, 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 egal. Man regt sich nicht über andere Leute auf. Aber immerhin entschuldigen die dich. Er hat nämlich gerade sorry geschrieben. Hier endet es. Ich antworte Ihnen mal kurz. No problem. So. Okay, let's go. Überspringen das hier einmal. Drücken auf fortfahren. Okay, Leute. Das war's auch mit dem Video. Wenn's euch gefallen hat, lasst gerne ein Liken, Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf dem Discord, der bei der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr keinen Video mehr verpasst. Habt einen Drama auf den Tag. Haut rein, Leute. Euer Sandow. Ciao. Ciao.